Unsere Schule erkennt keine Grenzen, wir erlernen das nur seinem eigenen Haus. In unserem eigenen Zimmer. Sachsen schenkt uns auch Platz. Wir wollen verstehen, wie ihr euch fühlt, doch nur lernen aus Büchern ist hier nicht das Ziel. Wir liegen im Bett, nur um euch zu verstehen. Im Pflegezimmer realisiert man im Stehen. Lager erkannt, wir sind gespannt und 30 zu 2 geht schnell vorbei. 30 mal drücken, 2 mal beatmen, wir sind einfach der Wahnsinn. Hallo, ich bin Betty, Heimacher. Hier zeige ich euch, wo ich wohne, wer ich bin und was ich kann. Die beste Schule mit den coolsten Leuten, mit den wichtigsten Werten und den Hilfsgelehrten. Meine Schüler, die wissen, wo's für sie her. Für dich und für dich und für jeden von uns. Döben City hat uns in der Mitte. Die Stütze und die Zukunft fürs Doppelte P. Psyche und Pflege vergessen wir nie, denn unsere Werte entstehen aus Empathie. Doch ohne ein Team geht hier nichts. Nur mit Ärzten und Füßen sind wir fit. Doch auch Ergos und Locos dürfen fehlen, um die Herzen der Patienten zu bestehen. Denn Schild statt des Rückschritt, doch wir gehen nach vorn. Lassen uns nicht aufhalten, sondern Jens nicht spart. Neidige hat uns erschaffen. Wir werden sie nicht hängen lassen. Das Team nimmt ab, wir brauchen euch. In den heutigen Tagen sind wir alle gefahren. Also rückt mehr zusammen und zeigt zu viel Courage. Vielen Dank. Vielen Dank.